Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von ARK auf der Insel. Ich bin am frieren. Ich habe jetzt die Nacht eingestellt. Die müsste jetzt gleich irgendwann vorbei sein. Noch ein paar andere Sachen eingestellt. Die XP habe ich ein bisschen angehoben. Ein paar andere Sachen noch, die ich angehoben habe, aber nicht wirklich viel. Das war ab 15, ne? Ne, das ist jetzt weiß. Das ist was ganz anderes. Oder ist das einfach nur ein Spiel? Jetzt ein Fehler. Das ist auch weiß. Was bin ich? 10. Hm, Mist. Muss ich noch ein bisschen warten? Ich wollte jetzt eben sowieso noch ein bisschen warten. Bis, was sind das denn jetzt für weiße Teile überall? Ich habe jetzt keine Lust, da hinzurennen, um festzustellen, dass das das gleiche Ding ist. Aber ich gucke, aber ich möchte das wissen, weil hier ist das Grüne. Ich will jetzt wissen, was das Weiße ist. Ja, vielleicht heißt weiß rein. Was ist das? Wo? Was? Okay, egal. Es ist stockfinster. Aber ich schlage mich jetzt hier eben durch. Da wird ja schon nichts passieren. Ich will wissen, was das Weiße ist. Da kommt was runter, ne? Ach, vielleicht deswegen. Die wissen vielleicht noch gar nicht, was es wird. Ob es grün wird oder sonstig. Irgendwie eine andere Farbe. Kann das sein? Oder ist weiß was eigenes? Hallo? Scheiße. Du Drecksack. Du hast mein Ding kaputt gemacht. Komm mal her. Ich klopp dich kaputt. Komm, ich brauche deinen Panzer wieder. Wo bist du? Wo bist du? Stehen bleiben. Du bist verhaftet. Hallo? So. Ja. Hat der eine Sack mir nämlich geklaut. Heiß kalt. Boah, das gibt aber viel jetzt. 81. Habe ich auch ein bisschen angehoben. Das war ja echt mickrig, was man da bekommen hat. Hallo? Ganz ruhig, mein Freund. Oh, das ist doch schon ganz schön weit weg. So weit dachte ich gar nicht. Oh, nee. Das kann ich nicht machen. Da will ich jetzt doch gar nicht rüber. Da weiß ich ja gar nicht, was da los ist. Oh, nee. Lass das mal. Oh, da ist schon wieder was los. Hier, das ist der Dieb. Weg, weg. Renn. Oh, nein. Der klaut wieder. Hilf mir. Ja, traust du dich nicht, ne? Habe mir doch gedacht. Jaja, da muss man nämlich aufpassen. Die blöden Mistviecher, die klauen. So, ein neues Level habe ich auch erreicht. Das ist schon mal gut. Ich könnte mal eben hier einmal gegenkloppen. Bisschen Holz brauche ich. Jaja, Holz, genau. Und ein paar Bären. Und vor allem Fasern. Nehme ich schon mal mit. Ich bräuchte so einen Steinhaufen auch nochmal eben. Hier, sowas. Jaja. Ich brauche ich. Ich will Steine. Keine Feuersteine. Was ist denn da los? Sind das die falschen, die ich hier weghau? Mal Feuersteine ohne Ende. Was soll ich mit so viel Feuerstein? Metall ein. Yo. Holy shit. Das ist aber auch ein Berg. Halben Berg hier weggekloppt. Was ist jetzt los? Ausdauer. Ah, muss ich darauf achten. Ja, ich vergesse das immer. Ich habe die ganze Zeit ohne Ausdauer und so gespielt. Also die war schon da, aber die ist halt nie leergegangen. Was seid ihr denn jetzt? Oh ne, ne? Die kreisen um ein Feuer. Pelikane. Klauen die auch? Und die aggro? Wenn ihr aggro seid, ne? Ich schlag euch kaputt. Fischi. Die wollen den Fisch haben. Jetzt bin ich aber langsam. Fischi. Holy moly. 14. Oh ne, was ist jetzt los? Oh, meine Ausdauer wieder. Kann ich nicht schwimmen oder was? Oh, ich muss meine Ausdauer unbedingt hochziehen. Aber unbedingt. Das ist ja, das ist ja ein Pain in the Ass, ne? So ne Scheiße hier. Oh, doch. Einen Ganzen habe ich. Holy shit. 21. Yo, kann ich irgendwas Neues? Den Mörser. Narkosemittel. Ja, brauche ich das? Nein. Oh, was ist das denn? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Der Stand doch. Ist der dumm? Oh mein Gott. Das gibt es doch nicht. Hier, zieh dir mal einen schönen Schnitzel rein. Und nochmal schön angeheizt. Oh Mann, ey. Das lief ja überhaupt nicht gut. Willst du noch ein bisschen Holz haben? Kann ich das nicht hier stapelteilen? Albieren. Hier, Hälfte, Hälfte machen wir, mein Freund. Hälfte, Hälfte. So, nochmal was wegsnacken. Und mal was trinken. Ah ne, hab ich schon. Alles gut. Trinken ist gut. Ah, die würde ich auch gerne haben. Ich weiß, die kann nicht fliegen. Aber ich weiß es nicht. Ne, nicht das machen. Ich weiß es nicht, wie die heißen. Ah, was brauche ich hierfür? Mach mal offen. Das ist gut. Das ist gut. Wenn ich das hab. Oh, was brauche ich? Kristall. Wo kriege ich Kristall her? Kristall hatte ich noch nie. Brauche ich hierfür auch Kristall? Brauche ich auch Kristall. Scheiße. Shit. Ich weiß gar nicht, wo ich Kristall herbekomme. Was ist denn eigentlich hier mit der Steinschleuder? Ich hab mir alles geholt, aber noch nichts gebaut. Auch geil. Hier, einen Bogen kann ich mir bauen. Pfeil. Zwei, drei, vier, fünf teilweise. Die Bolas kann ich mir auch bauen. Geil. Dann kann ich ja gleich schon zähmen. Aber ich hab noch keinen Sattel. Ich brauche hier den, den, den Peter. Den Peter, den guten. Wo ist der Peter-Sattel? Holy shit, ey. Level 14 und so. 21, Bola. Ein Punkt, Ausdauer, Bewegungsgeschwindigkeit. Komm, gönn erstmal ein bisschen Ausdauer auf jeden Fall für den Anfang. Da werde ich viel rennen. Was bin ich denn jetzt für ein Level? Ich bin zwölf. Holzkäfig. Ne, ist klar. Holzpfeiler. Ja, sicher. Hm. Ein Parasaurus. Wenn ich ein Parasaurus finden würde. Da wäre mir ja schon mal geholfen. So, nehmen wir mal die Flasche. Hier hin. Nehme ich mal die. Warum ist die grau? Weil ich keine Steine habe. Doch. Ist auch alles gut. Ja, funktioniert. Ja, funktioniert auch. Zielen. Alles gut. Ein Dodo könnte ich mit zähmen. Gibt das Punkte? Ah, ich brauche Kristall. Kristall. Wo kriege ich Kristall her? Wo könnte ich ein Kristall herkriegen? Irgendwie in der Höhle oder so? Wäre sinnvoll. Oh, wie schön das aussieht hier, ne? Toll. Auch so jetzt mit dem Licht und so. Schon wirklich wunderbar. Oh, man. Der ist krank. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was ist los vorher? Ja, lass ich dich mal noch ein bisschen brutzeln. Sammel in der Zwischenzeit. Und wandere mal ein bisschen. Vorsichtig aber. Ich werde sowieso wahrscheinlich drauf gehen. Hier sind Steine. Hier kriege ich auch bestimmt Steine, oder? Richtig viele Steine. Nein. Ich kriege auch nur Feuersteine. Oh, mein Gott. Was ist das denn? Das ist ein beschissener Stein, der nur aus Feuersteinen besteht. Nee, nicht du wieder. Warte mal. Dich. Ja, komm mal her. Pass mal auf. Quatsch. Kriegst du einen drauf. Quatsch. Kriegst du noch einen drauf. Oh. Du armer, kleiner Scheißer. Oh. Pass mal auf. Inventar öffnen. Ich probiere das mal. Ich weiß nicht, was er benötigt. Okay, wo ist Fleisch? Warte eben kurz, ja? Bleib da liegen. Bleib so, wie du bist. Hallo. Alles gut. Ich brauche dein Fleisch. Tut mir leid. So. Du bist meins. Hoffe ich. Inventar öffnen. Du kriegst hier direkt ein bisschen rohes Fleisch reingeknallt. Wo sind die Narko? Oh. Das ging aber schnell. Geht der so schnell? Dilo. Was bist du? Frau. Dilo-Frau. Kreativ wie eh und je. So. Das Fleisch darfst du auch verhalten, mein kleiner Freund. Äh. So. Du kleiner Mistdieb, ne? Du warst das bestimmt, der mir gerade das alles geklaut hat, ne? Töte ihn. Bist du dumm? Töte ihn. Wie war das denn jetzt nochmal? Pfeifen, ne? Aha. Mit Controller weiß ich nicht, wie das mit dem Pfeifen funktioniert. Okay, shit. Shit happens. Ähm. Ja. Läuft bei dir. Komm. Komm mit. Äh. Wir machen den zusammen fertig. Hier. Quatsch. Der greift mich an. Töte ihn. Hallo. Oh. Der haut ab, du Idiot. Was ist denn mit dir? Verhalten. Benachbarte Dinos. Wer sind denn benachbarte Dinos? Verhalten, dein Ziel angreifen. Ja, sicher. Töte es. Paarung. Aktiviere Geschützturm. Spieler angucken. Änderungen zu Gruppenbefehlen. Keine bewusstlosen Ziele erfahrt. Das ist gut. Ne, das bleibt. Halt mal. Wo ist denn, ähm, folgt mir. Ah, hier. So, folgt mir. Hallo. Ja, so ist fein. Prima. Du bist ein feiner, ne? Gut, mein Freund. Wir brauchen... Kristalle. Du weißt doch bestimmt, wo... Kriegt man Kristalle nicht unter Wasser? Du weißt das auch nicht, ne? Da ist dein Kollege. Komm, den holen wir uns direkt. Den schlagen wir direkt mal zu Brei. Töte ihn. Rein kaputt. Wie? Wo ist der denn? Was ist denn? Der ist doch total bescheuert. Ich hab mir den beklopptesten von allen geholt. So. Käfig-Kampf. Du schaffst das. Oder? Ist der stärker. Ne, das hast du fein gemacht. Das hast du richtig toll gemacht. Inventar öffnen. Du bist auch aufgestiegen, ne? Bewegungsgeschwindigkeit, da brauch ich das ja nicht, ne? Ich pack den mal ein bisschen auf Nahkampf rein, damit ich so eine kleine Waffe nebenbei hab. Ich guck mal, ob unter Wasser irgendwie Kristalle... Ich meine, ich hätte die gesehen. Fischi? Quatsch. Ja, ja, du bist mein Fisch. Was ist denn jetzt los? Jetzt hält er den Fisch. Dich brauch ich. Was geht los, den Scheiß? Rohrfisch. Am Start. So, ich hab aber noch keinen Sattel für dich. Boah, die Viecher, die gehen mir echt auf den Sack. Die sollen sich echt mal jetzt hier verziehen. So eine Schildkröte. Ich wollte eigentlich... Ähm, scheiß auf den jetzt. Ich wollte eigentlich mir so ein... Wen kloppt er denn wieder zusammen? So einen Flugsaurier holen. Hm. Aber da hab ich noch gar nicht den Sattel. Wer bist du? Was? Bleib mal stehen. Iguanodon. Iguanodon. Habe ich da einen Sattel? Huch. 35. Hier. Gesundheit. Ähm. Nein. Das ist ja schon mal nicht. Ähm. Infusionsbeutel. Ähm. Parasaurus bräuchte ich. Brauch irgendwas Großes. Wie heißt der? Nee, so hieß der nicht. Ah, shit, 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 shit. Zement? Ich hab aber immer noch keine Werkbank. Brauch ich keine Werkbank? Gibt's keine Werkbank? Krieg die erst später. Sil... Äh, Stimulantien. Hält dich wach, aber lässt dich dehydrieren. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so gut. Ich brauch Kristall, mein kleiner Freund. Du folgst mir, ne? Du bist jetzt Level 2. Krasser Typ. Komm. Wir hauen den richtig auf den Sack jetzt. Wusch. Oh, ich bin viel schneller schon. Ah, Parasaurus. Level 3. Ist ja scheißegal, ne? Hauptsache ich hab erstmal einen. Glaub, der ist jetzt nicht so gefährlich, dass er mir... Du kriegst direkt einen Headshot. Warte. Warte. Nicht töten. Nicht töten. Nicht töten. Wie... Wie... Der hat das verstanden, ne? Der ist cool drauf, ey. Jetzt hab ich wirklich die Steine... Wo ist er? Ach, der hat bestimmt mal einen draufgekriegt. Ne. Der ist tot, der arme Kerl. Oh, nein. Was ist mit meinem Dino los? Macht der jetzt hier ein... Ist er ja ein Wasserdino oder was? Was ist mit ihm? Der hat bestimmt mal so einen draufgekriegt, dass er direkt sich gedacht hat, oh scheiße, ich muss hier weg. Ja, das hat dir jetzt voll was gebracht, du Idiot, du. Toll, dass du mir das jetzt kaputt gemacht hast. Was bist du denn für ein Mistvieh? Inventar öffnen. Ja, du kriegst richtig einen drauf hier. Pass mal auf. Das nächste Mal, ne? Du hast mir das jetzt versorgt, du mieses Mistvieh. Das nächste Mal bin ich nicht so freundlich zu dir, ne? Dann schlage ich dich kaputt. Das ist mir egal. Ich brauche ein Kristall, mein Freund. Such mal lieber ein Kristall. Kann ich ihm nicht den Befehl geben? Such Kristall. Oh, guck mal da. Ein großes Fischchen. Wie heißt ihr denn? Habt ihr auch Namen? Kann man die eigentlich auch zähmen? Oh, Mann. Das ist ein ekliger Scheißfisch gewesen. Ich brauche ein Kristall, mein Freund. Und ein Parasaurus. Den möchte ich jetzt haben. Der kann so ein bisschen von meinem Stuff dann schleppen. Mein unheimlich massiges Gepäck, was ich mit mir rumschlage. Der große ist weg. Das ist schon mal richtig gut. Ja? Kommst du? Töte. Ach, shit. Jetzt leckt er auch ein bisschen. Die haben Wasser. Wasser mag er nicht so gerne. Hier ist kalt. Gehe zu einem wärmeren Ort. Da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Ja, shit. Was ist er denn da? Ist das so eine... Was ist das? Ist das so ein Biber? Gibt es hier auch Biber? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Töte es. Hallo. Äh, äh. Dingsbums. Oh, nein. Das überlebe ich nicht. Piranha. Oh, nee. Oh. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet, ne? Das muss ich echt jetzt mal gestehen. Da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und mein scheiß Dino, voll unbrauchbar. Ja, shit. Ich wollte es eigentlich verhindern. So, meinen ersten Tod wollte ich erst... Den wollte ich glorreich verbringen. Weißt du? War so richtig glorreich. Das war ja jetzt... Das war ja eine fiese Nummer. Ich sammle trotzdem schon mal Steine. Auch wenn ich mir mein Gepäck gleich mal wiederhole. Hoffe ich. Nicht, dass der Piranha da immer noch rumeiert. Die blöde Sau. Ehrlich. Aber damit ich wenigstens schon mal so eine Axt und eine Dingsbums habe. Hallo. Jetzt kriege ich wieder kein Holz raus. Stroh, kann ich dich wieder tothauen, weißt du? Fasern brauche ich auch. Geh mal weg hier. Ja, absolut noch planlos. Normalerweise so Piranha. Ich wusste gar nicht, dass es Piranha hier gibt. Kann ich die auch zähmen? Auf Reiten? Ich habe den auch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Schicke ich gleich meinen Dino direkt mal drauf. Ja, der kann direkt gleich mal sagen, grüß dich, mein Freund. Ja, und dem mal richtig ordentlich einen mitgeben. Die Dodos. Ach, ich bin schon wieder aufgestiegen, ne? Ein Level. Äh, na, Kampfschaden. Komm, gönn dir. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Kannst du bestimmt besser leveln am Anfang. Gerade am Anfang. Da, läuft's grün. Halt mich nicht zurück, mein Freund. Lass mich. Weiß, was ich mache. Feuersteine. Kannst du dich hier wieder tot hauen mit? Tja, shit. Ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Da muss ich echt nochmal nachgucken, ne? Das hilft ja alles nichts. Ich kann zwar jetzt noch ein paar Sachen herstellen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas dabei ist, was ich jetzt unbedingt benötige. Ähm, Fasern habe ich doch alles. Leder. Ach ja, Leder habe ich noch nicht. Das kriege ich aber gleich wieder. Brauche ich das jetzt nicht nochmal herzustellen. Ähm, das ist neu hier. Pachi. Pachi-Sattel. Pachi. Bechi, Bechi. Keine Ahnung. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber wir holen uns jetzt erst einmal mein Gepäck wieder. Mein Dino, wenn der noch lebt. Keine Ahnung. Der hat mir ja null geholfen. Der ist ja voll unbrauchbar. So, pass mal auf, mein Freund, ne? Meine Dino-Rin. So, der hat sich den Piranha bestimmt direkt weggesnackt. So. Verhalten. Mein Freund, du folgst mir. Und hältst mir jetzt den Rücken frei, wenn ich jetzt hier tauche. Worauf war das denn jetzt? Da ist es schon wieder. Töte es. Mach es kaputt. Da, guck mal. Hallo. Der guckt nur dumm. Was ist das denn für ein Dino? Boah, bist du groß. Komm mal her. Nee, geh weg. So. Patsch. Weg ist er. So macht man das, du bekloppten Dino. Ich hab mir auch wirklich den Beklopptesten von allen geholt, ne? Wo ist der denn jetzt? Da. Höh. Was? Ja, schnapp ihn dir. Mach ihn kaputt. Mann. Oh, ich brauch die Flasche auch noch. Kann ich auch noch nicht herstellen. Ich hab keinen Le... Oh ne, der ganz Große. Hast du ihn gekillt? Hast du ihn hingekriegt? Siehst du ja das? Hallo. Ganz ruhig. Oh, Gott sei Dank. Hier sicher. So, das nehm ich mir alles mal mit. Und ich glaube... Oh ne, mach ihn kaputt. Habt ihr einen beklopptesten Dino? Ehrlich? Der ist so dumm. Der Vogel ist richtig cool. Der geht richtig ab. Der ist richtig cool. Der ist immer die ganze Zeit da am Tauchen. Schön. Schön, schön, schön. So. Dino. Du bist total unbrauchbar. Brauche ich sowas noch? Ich glaube, das brauche ich alles hier nicht mehr, ne? Das habe ich ja jetzt doppelt. Ja, auch den Sattel und so. Werd ja wahrscheinlich noch ein paar Mal drauf gehen. Man musste echt immer aufpassen. Das ist echt unglaublich. Kann ich jetzt eh nicht reparieren. Primitiv Bogen. Warum haben die mir den kaputt gemacht? Haben die mir den überhaupt kaputt gemacht? Oder habe ich den jetzt einfach lustigerweise weggeschmissen? Ich habe den Eiskalt einfach so weggeschmissen. Scheiß drauf. Brauche ich nicht. So, nach dem Motto. So. Die packe ich mir schon mal weg. Das kann noch weg. Fallen lassen. Fallen lassen. Die Streitachse. Jetzt habe ich auch wieder Leder. Jetzt habe ich auch wieder die Feldflasche oder den Wasserschlauch. Die Steinax. Äh, Steinax. Die Steinschleuder habe ich. Ähm. Bowler habe ich. Ja, den Bogen. Ähm. Ja, komm. Rüste mal aus. Rüste mal hier mal eben auf A. Das ziehste an. Das ziehste an. Das. Das. Und das. So, mein Freund. Wie sieht das mit dir aus? Mit Versorgung und so? Isste was? Oh, das war falsch. Ja, mach auf. 60 Fleisch. Du hast ja aber auch einiges weggesnackt, ne? So. Ähm. Ich brauche immer noch Kristall und ich muss irgendwie mein Dino hochziehen, damit der die ganzen Viecher mit so einem Obst in den Mund nimmt. Ich möchte einfach, dass mein Kleiner wie so ein Rex wird. Und, dass ich ein Kristall finde. Hier wäre eigentlich so der perfekte Ort. Kann ich das kaputt machen? Nein, geht nicht. Für ein Lager, ne? Da kann ja eigentlich nicht wirklich viel was kommen. Habe ich hier so eine Aussicht, so eine kleine. Aber ich muss erst mal weiterziehen. Ne, ich brauche noch ein paar Rohstoffe. Keine Ahnung, wohin ich laufe überhaupt. Ich glaube, ich habe auch eine Karte. Karte? Karte. Ich habe auch eine Karte. Ja. Toll. Kann ich aber... Warte, hier. Oh nein. Der ist so unbrauchbar. Das war die Tastenkombination für, ähm... Folg mir. Shit, ich habe voll nicht auf den Dino geachtet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was war denn da jetzt gerade? Der hat mir gerade irgendwas angezeigt. Keine Ahnung, was das war. Da ist schon wieder irgendjemand am... Wo ist der hier reingelatscht, oder was? Und kommt da nicht mehr raus. Ne, geht doch gar nicht. Dino? Dilo? Dilo, Fuß. Der ist weg. Och Mann, warum habe ich denn immer so doofe... Ach, da ist er doch. Meine Güte. Kollege, was ist los? Man läuft nicht gegen einen Stein, gegen so einen Felsen. Ja, man nimmt den Weg drumherum, verstehst du? So, Kopie. Nicht Kopie. Huch, Entschuldigung. Neuer Level verfügbar. Ja. Level 1. Äh, 1 Punkt, nicht Level 1. Nahkampfschaden. Komm, ich ziehe den richtig hoch. Mit einem Hubs ist er dann... Fuß. Feini. So, mitkommen. Ich habe einen Gegner für dich ausgespielt. Ich hoffe, du kriegst da hin. Kommst du jetzt? Ich habe keine Lust, die ganze Zeit auf den zu erachten, dass der hinterherkommt und nicht wieder gegen einen Baum oder sowas rennt. Voll der Vogel. Scheiß auf die kleinen Dinos. Ganz ehrlich. Braucht keinen Ranch. Die gehen einen nur auf und sagen, guck mal hier. Töte. Ah, der greift mich an. Was? Was? Kaputt. Ja, das war nichts, ne? Kann ich den so ein bisschen hochziehen, den kleinen, ne? Den kleinen Racker. Ja, fein. Keine Pause. Komm, hinterher. Oh, ich muss mich hier auch umgucken, ne? Nicht, dass ich auf einmal voll in so einen riesen Mistvieh reinrenne. Schön gemacht. Ja, mach happa, happa. Ja, und feini. So. Inventar öffnen. Was hat der jetzt gebracht? Ein Level. Supi. Klasse. Was brauchst du? Ich möchte den erstmal hier auf 300, glaube ich, bekommen. Bewegungsgeschwindigkeit ist jetzt nicht so wichtig. Weil der kommt ja schon eigentlich gut hinterher, wenn er nicht gerade gegen so einen Felsen rennt. Obwohl ich schon ziemlich schnell bin. Oh, holy shit. Oh, der ist auch schön, ne? Oh, ich will die haben. Der, den möchte ich gerne haben. Ich glaube, ist das nicht sogar der Größte im Game? Und wer ist er? Der ist ja richtig. Oh, der ist auch riesig. Und der glitzert. Der ist wertvoll bestimmt. Der hat Kristalle an den Flügeln. Kommt mal runter. Oh, den bräuchte ich jetzt. Das wäre ja schön. Aber der ist ja wunderschön, ne? Der ist ja echt toll. Klasse. Der sollte hier schon mal runterkommen. Der ist aber auch schön. Der sieht so richtig urzeitmäßig aus mit seinen Steinrücken. Was er da hat. Na gut, die sehen ja alle urzeitmäßig aus. Aber eher besonders. Oh, jetzt ist aber ein blöder Schatten auf dir, mein Freund. Dreh dich mal kurz mal um. Schön. Der ist direkt getarnt. Da denkst du, das ist ein riesen Stein, der sich bewegt. So, wir müssen trotzdem weiter. Ich brauche immer noch ein Kristall. Ich weiß nicht, wo ich ein Kristall herbekomme. Scheiß jetzt mal auf das Lagerfeuer. Das ist jetzt egal. Wir gehen jetzt einfach mal in ein anderes Gebiet rein. Und gucken mal, wer ist N? Ist das ein Para? Das ist ein Para, ne? Ne, das ist kein Para. Das ist so eine kleine Echse. Mach kaputt. Was für ein Level hast du denn? 19. Dilo? Der haut nur ab vor dir, ne? Mach kaputt. Der greift mich an. Schön. Ja, toll. Klasse. Boah, den gibst du richtig. Ich helfe dir. Ja, das wird nix. Du kannst dich spucken. Was ist das für eine Musik? Ah ja, ich glaube, das zählt für die beiden. Weißt du schon oder was machst du da? Jawohl. Boah, der hätte voll einen mitgegeben, der arme Kerl, ne? Ah ne, den hast du. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. So, was sagt dein Level jetzt? Ein. Leck mich. Ich dachte, das hat dir mindestens 500.000 Punkte gegeben. Gewicht. Ja, du brauchst nix tragen. Gib mir mal das Leder, du Drecksack. Hier, kriegst dafür. Ich hab nix tolles für dich. Ne, ich hab nix tolles für dich. Hier, mein Bogen. Ne, den kriegst du nicht. Keine Sorge. Wollte nur mal kurz was reinlegen da. Ich hab noch rohes Fleisch. Das kannst du eigentlich doch lagern, oder? Dann wird's vielleicht nicht so schnell schlecht. Ähm, Ausdauer. Ne, hier. Ich will erstmal hier auf 300 kommen. Oh ja. Hm. Schönes Ding. Wer ist er da? Das ist so einer auf zwei Beinen. Das ist bestimmt ein Fleischfresser, ein ganz gemeiner. Der macht mich direkt weg. Guck mal von hier oben ganz vorsichtig. Ach nee, gar nicht. Das ist der... Oh, ich hab Durst. Oh shit, und ich hab kein Wasser mehr. Oh. Dilo, wir müssen schnell zum Wasser. Schnell zum Wasser. Ich hab vergessen, den Dings aufzufüllen. Ist der... Ist der... Jetzt ist die Frage, ist der böse? Oh, ich verdurste. Kann ich nicht von Bären? Ich glaub, Bären geben mir auch ein bisschen Wasser, ne? Gib mir Wasser, gib mir Wasser, gib mir Wasser, gib mir Wasser. Ist der böse? Ich seh das nicht. Ich weiß es nicht. Ich droh zu verdursten. Warum füllen die denn kein Wasser auf? Wie dumm ist das denn? Hier, die Azur-Bären. Ne, auch nicht. Geil. Stimmbären. Auch nicht. Geil. Oh, sie liebt Zirnperlen, hab ich jetzt vergessen. Ob das so gesund ist, weiß ich nicht. Ich muss zum Wasser. Maximal Durst. Was war das? Oh, ist irgendwas geflogen. Dilo, wir sehen uns. Werden wir uns nicht mehr sehen, ne? Du weißt, du warst ein treues Tier. Ich find den Weg nicht mehr zurück. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nee. Oh nee, ich verdurste. Oh, mir ist auch noch heiß. Jetzt ist es ganz vorbei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Durst, 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 Durst. Außenweg, Wasser. Wasser. Schaffe ich das noch? Oh nee. Arschbombe. Gott sei Dank. Hier, füll die Scheiße direkt mal auf. Ist er aufgefüllt? Oh nein, jetzt hab ich schon wieder da gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Ach, du bist hinterher gekommen. Krasser Dude. Er ist jetzt auch viel schlauer geworden. Verhalten. Hier. Following. Was bist du denn? Töte. Milo, töte. Ach, leck mich. Jetzt fängt er wieder an, blöd zu werden. Ja, keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Am besten. Um. Ah, die hätte ich schon gerne. Um so ein Dingsda-Boomster zu bekommen. So ein Kristall. Weißt du gar nicht, ob man so früh im Spiel schon überhaupt ein Kristall bekommt. Keine Ahnung. Natürlich gibt es da diverse Spots, wo man die holen kann. Aber die kenne ich halt nicht. Ich kenne halt die Insel nicht. Und will mich jetzt auch nicht allzu weit weg bewegen. Eigentlich. Wäre es aber wahrscheinlich jetzt doch... Der ist ja auch schön. Das ist der, der mich beklaut hat in groß. Aber der ist bestimmt richtig gefährlich. Oder ist das ein Lieber? Ich weiß es wirklich nicht. Will ich das ausprobieren? Mein Dilo ist jetzt nicht sonderlich stark. Aber ich habe die Bolas. Ich könnte den ja vielleicht... Oh ne, da ist der eine Typ. Der ist richtig aggro. Oh ne. Pass mal auf. Ich habe einen Trick. Oh, vor dem haben eh alle Respekt da. Da geht keiner ran. Hat der den Baum um... Holy shit. Mit dem kann ich den ganzen Wald roden mal eben so. Entspannt. Ich gehe mal hier entlang. In der Hoffnung. Was bist du? Ein Dodo. Dodo sind gut. Dodo sind feine Tiere. Da läuft auch irgendetwas heimlich. Ist das ein Para? Der Schwanz. Das könnte auf ein Para hindeuten. Jo, du bist ein Para. Was für ein Level hast du, mein Freund? Level 8. Wo ist der Dilo? Der Dilo ist nicht da. Das ist schon mal richtig gut. So, mein Freund. Pass mal auf. Du kriegst dir direkt mal einen Stein jetzt hier. Ich putze dir gleich auch ins Gesicht. Jetzt habe ich den nicht getroffen. Bambus gibt es hier auch. Hallo. Oh ne. Dilo. Aus. Was frisst der denn? Der hat mich ausgetrickst. Oh, der hockt jetzt irgendwo in der Baumkrone. Ah, ich hätte doch die Dings verwenden sollen. Aber ich wollte die nicht verschwenden. Was wäre jetzt so bad gewesen? Hätte ich den getroffen und der hätte mich gesehen und wäre nach oben gerannt. Dann wäre ich aber ganz schnell weg gewesen. Aber hier ist echt Bambus. Aber wo ist der Para hin? Dilo? Such meinen Gegner. Ich bin in solchen Dings Survival Games immer so verpeilt. Da war doch auch irgendwas. Da läuft auch was. Jetzt gleich weiß ich aber schon nicht mehr mehr, wo mein Dilo ist. Tja, Dilo, ich weiß nicht, wo der hin ist. Der hat mich echt ausgetrickst. Der war viel schlauer als wie ich. Du weißt, ne? Ach, Bambus kann ich gar nicht abbauen. Das ist ja negativ. Ich brauche nen Kristall. Und nen schönen Ort zum Siedel. Aber hier sind Ruinen sogar. Gibt's hier was? Da gibt's ne Kiste. Explorer Note. Das wollige Nashorn. Holy shit. Aber das jetzt so klein geschrieben haben wir. Das zau ich mir aber jetzt nicht weg, ne? Aber das ist cool. Hat man so ne kleine Übersicht. Was für ne Spezies. Die Time Late. Who is seen late. Keine Ahnung. Ah, ist freundlich. Freundlich gesonnen. Das ist doch echt schön. Was ist denn da abgebildet? Das ist doch hier so ne kleine Echse, ne? Ach nein, gar nicht wahr. Das ist so ein Stego, glaube ich. Ne, nicht ein Stego. Ein Triceratops. Elena Walker. Oh, ich hab ein Ding gefunden. Nice. Kann ich die Kiste mitnehmen? Das wär erstmal ein Träumchen. Oh, hier kommt was Großes. Versteck dich, Dilo. Oh man, wenn das ein Rex ist, bin ich ja richtig maximal jetzt im Arsch. Oh shit. Wo kommt das her? Oh, ist das immer noch der, der, der Riesen. Oh, alles gut. Der ist cool. Der macht mir nix. Der rodelt nur halt den ganzen Baum. Äh, Wald. Den ganzen Baum. Den Baum auf jeden Fall auch. So, hier ist ein bisschen, ich will ein bisschen eigentlich an der Küste entlang laufen. Ist ein bisschen sicherer. Und ich muss drauf achten mit Essen, Trinken und so. Mhm. Ja, ja. Gut, hier ist safe. Dodo. Kein Dodo. Ach, den Dilo hab ich jetzt ganz vergessen, ne? Oh shit. Ach, da kommt er. Die Dilo hin. Oh, putt, 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 putt. Ne. Hier ist ein Feind für dich. Bilo. Der, der Dieb. Mach den kaputt. Der hat mir wieder was geklaut, was wichtiges. Hier, springen, mach kaputt. Oh, du bist da durchgekommen. Ich komm da noch nicht mehr drüber. Holy shit. Das hast du ja richtig gut gemacht. Ah, so beklaut mich hier keiner mehr. Meine, meine Bola. Was ein Drecksack. Was hab ich denn jetzt? Ich hab hier richtig hier ein, äh, äh, zwei Pfeile hier am Start. So. Komm mit. Ich weiß wirklich gar nicht, wohin. Ich hör schon wieder was Böses. Bösartiges. Oh, das war ein Leckimäcki. Hier, töte. Mach kaputt. Jawohl, schön. Oh. Die wird wunderschön und groß. Die kleine. Hä? Na du? Na du? Bist du wieder im Level aufgestiegen? Möchtest du auch ein bisschen stärker werden? Ich trainiere dich. Ja, gar kein Problem. Hier, zack. Links, rechts, Kombi. So, mein Freund. Ich brauche... Wo bin ich? Sag mir nicht, hier ist mein Lagerfeuer. Dann wäre ich aber richtig mad. Nee, das ist nicht hier. So, ich müsste über den, den Fluss, würde ich glaube ich sagen, oder? Das Ding ist jetzt mit dem Piranha, die haben mir jetzt ein bisschen den Mut genommen. Deswegen werde ich glaube ich außenrum da die Berge überqueren. Und in der Hoffnung, dass ich da irgendwie doch mal ein Kristall finde. Und ja. So werde ich das machen. Aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020